Lektion 81, Spaziergang im Park Hallo Anna, wie geht es dir heute? Mir geht es gut, danke für die Nachfrage. Wie steht's mit dir? Mir geht es auch gut. Hi, bist du schon mal im Park spazieren gegangen? Ja, habe ich. Ich liebe es, im Park spazieren zu gehen. Es ist so friedlich. Ich auch. Ich mag die frische Luft und all die Bäume und Blumen zu sehen. Ja, und es ist auch eine gute Art zu trainieren. Nach einem Spaziergang im Park fühle ich mich immer voller Energie. Das stimmt. Außerdem können wir unsere Hunde mitbringen und sie im Gras spielen lassen. Ja, sie lieben es. Und wir können sogar ein Picknick machen und die Landschaft genießen. Absolut. Wir sollten bald einen Spaziergang im Park planen. Klingt nach einer großartigen Idee. Lass es uns machen. Lektion 82, Schwimmen Sie gerne? Hi Anna, schwimmst du gerne? Natürlich. Vor allem im Sommer. Wie steht's mit dir? Hier gilt das Gleiche. Ich liebe es, an heißen Tagen in den Pool zu springen. Es ist so erfrischend, nicht wahr? Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, sich abzukühlen. Absolut. Und wir können auch unsere coolen Badeanzüge zeigen. Ha! Ja, das ist immer ein Plus. Aber vergessen wir nicht die Sonnencreme. Wir wollen uns nicht verbrennen. Guter Punkt. Vielleicht können wir ein paar flippige Sonnenschutzdesigns auftragen, damit es Spaß macht. Das ist eine tolle Idee. Wir können sogar einen Kanonenkugelwettbewerb veranstalten. Ja. Und wir können auch versuchen, ein paar coole Tauchgänge vom Sprungbrett aus zu machen. Ich bin dabei. Ich bin bereit für ein bisschen Sommerspaß im Pool. Ich auch. Lass es uns geschehen lassen. Lektion 83, Gepäck für Reisen tragen. Hi Anna, freust du dich auf unsere Reise nächste Woche? Ja, ich kann es kaum erwarten. Aber ich freue mich nicht darauf, mein ganzes Gepäck zu tragen. Ah, mach dir darüber keine Sorgen. Ich helfe dir, es zu tragen. Wirklich? Das ist so lieb von dir. Aber was ist mit deinem Gepäck? Oh, ich komme mit meinem klar. Ich bin wie ein menschliches Maultier. Haha, das bezweifle ich nicht. Aber im Ernst, ich habe so viel Zeug mitzubringen. Das ist eine gute Idee. Oder wir können einfach alle unsere Klamotten auf einmal tragen und so Kofferraum sparen. Ha. Ich denke nicht, dass das eine praktische Lösung ist, aber es wäre auf jeden Fall ein lustiger Anblick. Ja, stell dir vor, wir watscheln wie Pinguine durch den Flughafen. Oder wir können das Flughafenpersonal bitten, um es stattdessen zu befördern. Ich bin mir sicher, dass es ihnen nichts ausmachen würde. Ich denke, wir könnten es mit dieser Idee vorantreiben, John. Aber danke, dass du mir angeboten hast, mir beim Tragen meines Gepäcks zu helfen. Du bist der Beste. Gar kein Problem. Sorgen wir einfach dafür, dass wir nicht versehentlich Elefanten in unsere Koffer packen. Lektion 84. Hast du mein neues Auto gesehen? Hi Anna, hast du mein neues Auto gesehen? Nein, habe ich nicht. Was für ein Auto hast du bekommen? Ich habe einen schicken Sportwagen. Es ist zu cool und schnell. Wow, das klingt fantastisch. Kann ich damit eine Runde drehen? Natürlich. Aber sei vorsichtig, es ist eine leistungsstarke Maschine. Keine Sorge, ich fahre wie eine Oma. Also, welche Farbe hast du bekommen? Ich habe es in leuchtendem Orange. Es ist wie eine große Orangenscheibe auf Rädern. Haha, das ist großartig. Aber Vorsicht, sie könnten mit einem Baufahrzeug verwechselt werden. Hi, wenigstens werde ich das stylischste Baufahrzeug sein, das es gibt. Und das Beste daran ist, dass es eine eingebaute Karaoke-Maschine hat. Wirklich? Das ist so cool. Wir sollten einen Rot-Trip machen und uns die Seele aus dem Leib singen. Ja. Und wir können auch eine Kühlbox voller Snacks und Getränke mitbringen. Klingt nach einem Plan. Aber können wir bitte etwas anderes als Sweet Caroline wiederholen? Haha, klar. Lass uns eine Playlist mit all unseren Lieblingsliedern erstellen. Und wir werden still voll in meiner neuen Orangenscheibe auf Rädern grüßen. Lektion 85 Einkaufen in einem neuen Einkaufszentrum Hi Anna, warst du in dem neuen Einkaufszentrum, das gerade eröffnet wurde? Nein, habe ich nicht. Ist es gut? Oh, es ist unglaublich. Es gibt so viele Geschäfte und Restaurants. Wow, das klingt nach einem Einkaufsparadies. Du weißt es. Und das Beste daran ist, dass es eine Eisdiele gibt, die 100 verschiedene Geschmacksrichtungen verkauft. Halt die Klappe. Wir müssen da hin. Definitiv. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht im Einkaufszentrum verehren. Es ist wie ein Labyrinth da drin. Ja, wir wollen nicht dort enden wie die Leute in dem Tom Hanks Film. Haha, ich finde das extrem. Aber wir sollten wahrscheinlich für alle Fälle eine Karte oder ein GPS mitbringen. Gute Idee. Und vielleicht können wir passende Outfits tragen, damit wir uns in der Menge sehen können. Oder wir können einfach Walkie-Talkies an unseren Ohren befestigen und so tun, als wären wir Geheimagenten. Haha, ich mag deine Denkweise. Aber vergessen wir nicht den wahren Grund, warum wir dorthin gehen, um bis zum Umfallen einzukaufen. Einverstanden. Und vielleicht können wir uns nach all den Einkäufen eine riesige Brezel oder eine riesige Limonade gönnen. Ja, lass es uns machen. Aber nur, wenn wir versprechen, uns nicht für immer im Einkaufszentrum zu verirren. Lektion 86 Großer Rabatt im Supermarkt Hey Anna, hast du von dem großen Rabatt im Supermarkt gehört? Nein, welcher Rabatt? Sie verkaufen alles mit einem Rabatt von 50%. Was? Das ist verrückt. Wir müssen jetzt dorthin gehen. Ich weiß, oder? Aber wir müssen strategisch vorgehen. Wir müssen einen Plan machen und uns daran halten. Guter Punkt. Also, was müssen wir bekommen? Nun, wir müssen uns auf jeden Fall mit Toilettenpapier und Papiertüchern eindecken. Ja, die sind immer wichtig. Und wir dürfen Snacks und Getränke nicht vergessen. Natürlich nicht. Und wir sollten uns auch etwas schicken Käse und Wein für ein schickes Abendessen besorgen. Oh, das klingt nach einer großartigen Idee. Aber vergessen wir nicht unser Budget. Wir wollen nicht zu viel ausgeben. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Ich bringe meinen Taschenrechner mit und achte darauf, dass wir es nicht übertreiben. Haha, du bist so ein Nerd. Aber ich weiß es zu schätzen. Wir können es uns nicht leisten, den Rest des Monats von Brot und Wasser zu leben. Einverstanden. Und wir können auch Spaß haben, während wir einkaufen. Wir können ein Kartrennen oder eine Schnitzeljagd machen. Haha, das klingt nach einem Knaller. Aber lass uns nicht aus dem Laden rausgeschmissen werden, okay? Keine Versprechungen. Aber wir werden sicherstellen, dass wir bei diesem großen Rabattverkauf alles bekommen, was wir brauchen und noch mehr. Lektion 87. Warst du schon einmal Skifahren? Hi Anna, warst du schon einmal Skifahren? Nein, habe ich nicht. Warum fragst du? Nun, ich dachte, wir sollten zusammen in den Bergen Skifahren gehen. Bist du verrückt? Es ist eiskalt da oben. Das ist der Punkt. Wir können uns einpacken und Spaß im Schnee haben. Ich weiß nicht. Ich war noch nie ein Fan der Kälte. Außerdem möchte ich mich nicht blamieren, indem ich alle fünf Sekunden hinfalle. Keine Sorge, ich bringe es dir bei. Und hinfallen ist Teil des Spaßes. Wir können ein Spiel draus machen. Haha, ich denke, das könnte Spaß machen. Aber was ist mit der Skiausrüstung? Das Zeug ist teuer. Keine Sorge, ich habe Verbindungen. Ich kann mir Ausrüstung von meinem Cousin leihen, der ein professioneller Skifahrer ist. Wow, das ist beeindruckend. Aber was ist mit dem eigentlichen Skifahren? Brauchen wir keinen Unterricht oder so? Nee, wir machen es einfach. Es wird wie ein echtes Videospiel sein. Haha, ich denke, das ist eine Sichtweise. Aber was ist, wenn wir uns verirren oder so? Wir werden uns nicht verirren. Ich habe eine Karte. Und wenn alles andere fehlschlägt, können wir einfach eine Schneefestung bauen und auf Rettung warten. Haha, das klingt nach einem soliden Plan. In Ordnung, ich bin dabei. Lass uns auf die Piste gehen. Ja, und danach können wir uns am Kamin aufwärmen und heiße Schokolade mit zusätzlichen Marshmallows trinken. Jetzt sprichst du meine Sprache. Lass es uns machen. Lektion 88. Hast du mein Handy gesehen? Hi Anna, hast du mein Handy gesehen? Nein, habe ich nicht. Hast du es wieder verloren? Ich glaube schon. Ich hatte es vor einer Minute, aber jetzt ist es nirgends zu finden. Nun, hast du in deinen Taschen nachgesehen? Natürlich habe ich das getan. Denkst du, ich bin so geistesabwesend? Nun, du hast dein Handy diese Woche etwa fünfmal verloren. Okay, fair genug. Aber dieses Mal ist es wirklich verloren. Und ich brauche es, um meinen Chef zur Arbeit anzurufen. Oh, das ist nicht gut. Aber keine Sorge, wir können es finden. Wie? Wir haben keine Tracking-Software installiert. Wir können versuchen, es anzurufen und zu sehen, ob es klingelt. Oh, richtig. Gute Idee. Lass es mich versuchen. Nichts. Es geht direkt zur Voicemail. HMM, das ist seltsam. Vielleicht ist die Batterie leer. Das ist möglich. Aber was ist, wenn es aus meiner Tasche fällt und jemand anderes es findet? Dann haben wir Pech. Aber lass uns nicht darüber nachdenken. Wir sollten Ihre Schritte zurückverfolgen und sehen, ob wir es finden können. Okay, lass uns das machen. Aber was ist, wenn wir uns verirren und unsere Telefone auch sterben? Haha, dann sind wir am Boden. Aber wenigstens werden wir uns gegenseitig zur Gesellschaft haben. Das stimmt. Und vielleicht können wir versuchen, per Morsecode oder Rauchzeichen zu kommunizieren. Haha, du bist so ein Nerd. Aber ich mag deinen Geist. Lass uns das Telefon suchen. Lektion 89 Planung eines Besuchs in England Hi Anna, warst du schon einmal in England? Nein, habe ich nicht. Warum fragst du? Nun, ich dachte, wir sollten einen Besuch dort planen. Ich wollte schon immer die Burgen sehen und Fish and Chips probieren. Oh, das klingt nach Spaß. Aber was ist mit dem Wetter? Ich habe gehört, dass es in England immer regnet. Das ist nur ein Mythos. Außerdem können wir unsere Regenmäntel und Stiefel mitbringen und das Beste daraus machen. Okay, ich vertraue dir. Aber was ist mit der Sprachbarriere? Ich kenne keinen britischen Sling. Keine Sorge, ich bringe es dir bei. Du musst nur daran denken, Prost statt Danke und Klo statt Badezimmer zu sagen. Oh, das ist einfach genug. Aber was ist mit dem Wechselkurs? Ich möchte nicht zu viel ausgeben. Das ist ein gutes Argument. Aber ich habe eine Freundin, die in London lebt und sie kann uns alles zeigen und uns einige Tipps geben, wie wir Geld sparen können. Wow, das ist so nett von ihr. Aber was ist mit dem Transport? Müssen wir ein Auto mieten oder einen Zug nehmen? Wir können den Zug nehmen. Das ist billiger und bequemer. Und wir können auch einen Doppeldeckerbus nehmen und so tun, als wären wir in einem Harry Potter Film. Haha, ich mag deinen Enthusiasmus. Aber was ist, wenn wir uns verirren oder unseren Zug verpassen? Dann erkunden wir einfach die Stadt und erleben ein Abenteuer. Und wir können jederzeit nach dem Weg Fragen oder Google Maps verwenden. Okay, ich bin überzeugt. Lassen Sie uns diese Reise planen und einige unvergessliche Erinnerungen sammeln. Prost darauf! Und vergiss nicht, deinen Regenmantel einzupacken und deinen britischen Akzent zu üben. Lektion 90 – Frühstück in einem schönen Hotel Guten Morgen, Anna! Hast du gut geschlafen? Ja, habe ich. Dieses Hotelbett ist so bequem. Wie steht's mit dir? Hier gilt das Gleiche. Und ich freue mich so auf das Frühstück. Ich habe gehört, dass Sie hier ein tolles Buffet haben. Oh ja, ich auch. Ich bin am Verhungern. Lass uns gehen. Wow, das sieht toll aus. Wo fangen wir an? Ich weiß es nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Essen wir Speck und Eier oder Croissants und Marmelade. Warum nicht beides? Und vergiss den Kaffee nicht. Wir brauchen Koffein, um unseren Tag zu beginnen. Gute Idee. Und sieh mal, Sie haben auch Waffeln und Pfannkuchen. Ich werde mir definitiv ein paar davon holen. Und was ist mit Obst und Joghurt? Wir müssen unser Frühstück ausbalancieren. Ja, du hast recht. Wir können nicht einfach Kohlenhydrate und Zucker essen. Lass uns auch etwas Obst holen. Und diese Croissants sind so schuppig und buttrig. Ich fühle mich wie in Paris. Haha, ja. Außer, dass wir in einem Hotel mitten im Nirgendwo sind. Aber wen interessiert's? Dieses Frühstück ist es wert. Definitiv. Und schau, Sie haben auch Nutella. Ich werde etwas auf meiner Waffel verteilen. Oh, ich verstehe, wie es ist. Du wirst einen Zuckerrausch haben, bevor wir das Hotel überhaupt verlassen. Hey, urteile nicht über mich. Es ist Urlaubsmodus. Kalorien zählen nicht. Haha, fair genug. Lassen Sie uns dieses Frühstück genießen und dann die Stadt erkunden. Wer weiß, vielleicht finden wir noch ein gutes Restaurant zum Mittagessen. Klingt nach einem Plan. Und wir können morgen zum Frühstück wieder hierher kommen. Ich möchte die Bagels mit geräuchertem Lachs und Frischkäse probieren. In Ordnung, fügen wir das zu unserer Liste hinzu. Aber lassen Sie uns zuerst dieses tolle Frühstück beenden. Prost! Lektion 91. Weißt du, wohin wir gehen? Hey Anna, weißt du, wo wir hingehen? Ähm, ich glaube schon. Wir müssen nur diesem Pfad bis zum Gipfel des Berges folgen, oder? Nun, ich bin mir nicht so sicher. Lass mich die Karte und den Kompass überprüfen. Wofür ist der Kompass? Können wir nicht einfach die Karte benutzen? Der Kompass hilft uns, unsere Richtung zu bestimmen. Wir müssen nach Norden fahren, also lass mich nachschauen, wo das ist. Oh, ich verstehe. Und wie funktioniert der Kompass? Nun, es ist ein Magnet, der auf den Nordpol zeigt. Wir müssen also nur die Karte am Kompass ausrichten und der Richtung folgen. Wow, das ist cool. Das wusste ich nie. Ja, es ist ein praktisches Werkzeug, das Sie beim Wandern dabei haben sollten. Okay, mal sehen, wir müssen hier links abbiegen und etwa eine halbe Meile geradeaus fahren. Ich hab's. Und was ist, wenn wir uns verirren oder der Kompass kaputt geht? Keine Sorge, wir haben einen Backup-Plan. Wir können die Sonne auch verwenden, um unsere Richtung zu bestimmen. Die Sonne? Wie funktioniert das? Nun, auf der Nordhalbkugel geht die Sonne im Osten auf und im Westen unter. Wenn wir also wissen, wie viel Uhr es ist und wo die Sonne ist, können wir unsere Richtung herausfinden. Oh, ich verstehe. Du bist voller Wanderkenntnisse, John. Haha, ich versuche mein Bestes. Aber hoffen wir, dass wir heute nicht die Sonne benutzen müssen. Es ist wolkig und wir werden es vielleicht nicht sehen. Ja, lassen Sie uns vorerst beim Kompass und der Karte bleiben. Und wenn wir uns verirren, müssen wir einfach unseren Instinkten folgen und auf das Beste hoffen. Das ist der Geist. Lass uns weitermachen und diese wunderschöne Bergwanderung genießen. Einverstanden. Und wenn wir das überleben, können wir vielleicht das nächste Mal Bungeyumping versuchen. Haha, lass uns nicht überholen. Ein Abenteuer nach dem anderen. Lektion 92. Ein Geburtstagsgeschenk für einen Freund auswählen. Hi Anna, hast du herausgefunden, was du Jessica zum Geburtstag schenken kannst? Nein, ich denke immer noch nach. Irgendwelche Ideen? Nun, was mag sie? Sie mag Make-up, aber ich bin mir nicht sicher, was ich ihr geben soll. Wie wäre es mit einer Clownsnase? Das könnte eine lustige Ergänzung zu ihrer Make-up-Kollektion sein. John, das ist lächerlich. Sie ist kein Clown. Okay, okay. Wie wäre es mit ein paar hochwertigen Make-up-Pinseln? Ich habe gehört, dass diese ein Muss für jeden Make-up-Enthusiasten sind. HMM, das ist eine gute Idee. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Ja, die Straße runter gibt es einen Make-up-Laden, der alle Arten von Pinseln verkauft. Wir können es uns ansehen. Toll, lass uns das machen. Oh, und vielleicht können wir ihr auch eine Geschenkkarte für ihr Lieblingskleidungsgeschäft besorgen? Klar, das klingt auch nach einer guten Idee. Und wenn alles andere fehlschlägt, können wir ihr immer eine Kartoffel besorgen, auf der ein Gesicht gemalt ist. Ich habe gehört, dass sie heutzutage in aller Munde sind. John, meinst du das ernst? Natürlich nicht. Ich versuche nur, die Stimmung aufzuhellen. Aber ernsthaft konzentrieren wir uns darauf, ihr etwas zu besorgen, das ihr wirklich gefällt. Einverstanden. Danke für deine Hilfe, John. Du bist ein guter Freund. Jederzeit, Anna. Und wer weiß, vielleicht können wir ihr nächstes Jahr eine echte Clownsnase besorgen. Lektion 93 Auf der Suche nach einem Buch Oh, nur dieses Buch, das ich im Regal gefunden habe. Es geht um einen sprechenden Hund, der Abenteuer erlebt. Ein sprechender Hund? Das klingt interessant. Ja, es ist ziemlich lustig. Willst du es mir leihen, wenn ich fertig bin? Klar, das würde ich liebend gern. Übrigens, hast du den Kriminalroman gesehen, den ich gelesen habe? HMM, das glaube ich nicht. Wo hast du es gelassen? Ich glaube, ich habe es auf dem Kaffeetisch vergessen, aber es ist nicht mehr da. Hast du im Bücherregal nachgesehen? Ja, ich habe dort auch gesucht. Vielleicht habe ich es versehentlich in der Bibliothek vergessen. Oder vielleicht hat der sprechende Hund es gestohlen. Haha, sehr lustig. Aber ernsthaft, ich muss das Buch finden. Es ist bald zurück. Okay, lass uns nachdenken. Vielleicht ist es unter der Couch? Gute Idee. Nee, nicht da. Wie wäre es mit der Küchentheke? Manchmal lässt man Dinge dort liegen. Nee, auch nicht da. Nun, wir haben überall gesucht, was uns einfällt. Vielleicht ist es an der Zeit aufzugeben und zu akzeptieren, dass das Rätsel niemals gelöst werden wird. Anna, mach dich nicht lächerlich. Es ist nur ein Buch. Ich schaue noch einmal im Auto und im Schlafzimmer nach. Okay, aber wenn du es nicht findest, schuldest du mir eine Kugel Eiscreme. Deal. Wer hätte gedacht, dass es so unterhaltsam sein kann, ein Buch zu verlieren? Lektion 94, Konzertkarten kaufen. Hey Anna, hast du irgendwelche Websites besucht, um Tickets für das bevorstehende Konzert zu kaufen, zu dem wir gehen wollen? Nein, noch nicht. Hast du irgendwelche Vorschläge? Ja, mein Freund hat diese eine Website namens Rockin Tickets empfohlen. Er sagte, sie haben die besten Preise und die beste Auswahl. Rockin Tickets? Das klingt wie eine Website nur für Rockkonzerte. Was ist, wenn wir einen Popstar sehen wollen? HMM, gutes Argument. Vielleicht sollten wir uns stattdessen Popstar Tics oder Concert Central ansehen. Concert Central klingt nach einem guten. Lass uns das versuchen. Okay, ich werde es nachschlagen. Oh, sie haben viele verschiedene Genres zur Auswahl. Und schau, sie haben sogar VIP-Pakete. Wow, diese Preise sind Wahnsinn. Ich denke, wir müssen uns an die regulären Tickets halten. Ja, wir haben noch nicht gerade den VIP-Status. Aber ich bin mir sicher, dass wir auch mit regulären Tickets immer noch Spaß haben werden. Einverstanden. Also, sollten wir die Tickets jetzt buchen? Ja, machen wir das, bevor sie ausverkauft sind. Erledigt und erledigt. Wir sind offiziell Konzertbesucher. Wuhu! Ich kann es kaum erwarten, die ganze Nacht mit dir zu tanzen, John. Hier auch, Anna. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir sogar eine neue Lieblingsband. Also, was möchtest du heute Abend zum Abendessen machen? HMM, ich bin mir nicht sicher. Hast du Heißhungerattacken? Nicht wirklich. Vielleicht könnten wir etwas Einfaches wie Spaghetti machen? Klar, das klingt gut. Schnappen wir uns etwas Pasta und Sause. Wie wäre es auch mit Fleischbällchen? Sie passen immer gut zu Spaghetti. Hört sich toll an. Gehen wir zur Fleischabteilung. Wie wäre es, wenn wir unsere eigenen Fleischbällchen machen? So können wir sie nach Belieben würzen. Oh, ich mag deine Denkweise. Und die brauchen wir, um die Fleischbällchen zusammenzubinden. Lass uns auch etwas Gemüse holen. Zu den Spaghetti können wir einen Salat machen. Gute Idee. Und wie wäre es, wenn wir zu den Spaghetti etwas Knoblauchbrot backen? Wir können es einfach in den Ofen stellen, während wir die Nudeln kochen. Perfekt. Sieht aus, als hätten wir alles, was wir für ein köstliches Abendessen brauchen. Einverstanden. Aber nur eine Sache. Wir können den Nachtisch nicht vergessen. Natürlich nicht. Was hast du vor? HMM, wie wäre es, wenn wir ein paar Brofnies machen? Ich habe im Bettgang etwas Mischung gesehen. Klingt nach einem Plan. Schnappen wir es uns. In Ordnung, wir sind bereit. Gehen wir zur Kasse. Warte, wir haben den Parmesan-Käse für die Pasta vergessen. Guter Fang, John. Schnappen wir es uns, bevor wir gehen. In Ordnung, jetzt sind wir wirklich bereit. Lass uns einen Sturm kochen. Lektion 96 Möchtest du mit mir Badminton spielen? Hiana, möchtest du mit mir Badminton spielen? Sicher, ich habe eine Weile nicht gespielt. Lass es uns machen. Fantastisch. Wir können das Gericht da drüben mieten. HMM, diese Schläger sehen ziemlich alt aus. Denkst du, wir sollten unsere eigenen mitbringen? Hast du deinen eigenen Badminton-Schläger, Anna? Nein, aber mein Cousin tut es. Sie ist ein Profi. In Ordnung, hoffen wir einfach, dass wir diesen Krach dann nicht kaputt machen. Und das müssen wir nur mit unseren großartigen Fähigkeiten wieder wettmachen. Mir gefällt, wie du denkst, John. In Ordnung, lass uns anfangen. Bist du bereit? Bereit, wenn du es bist. Los geht's! Oh ja, sieh dir das an! Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber kannst du damit umgehen? Boah, das war knapp. Du hast es immer noch, Anna. Natürlich tue ich das. Ich wurde praktisch mit einem Badminton-Schläger in der Hand geboren. Daran würde ich nicht zweifeln. In Ordnung, lass uns weiterspielen und sehen, wer die Nase vorn hat. Du bist dran, John. Lass uns das machen. Lektion 97. Wo kann man zum Mittagessen gehen? Hier, Anna. Wie hast du heute Lust zum Mittag zu essen? HMM, ich bin mir nicht sicher. Was hast du vor? Nun, da ist dieses neue Sushi-Restaurant die Straße runter. Das könnten wir überprüfen. Sushi? Ich weiß nicht, John. Rohrfisch ist nicht wirklich mein Ding. In Ordnung, fair genug. Wie wäre es, wenn wir den Bürgerladen an der Main Street probieren? Das klingt gut. Ich könnte auf jeden Fall einen Bürger essen. Großartig! Aber warte, hast du beim letzten Mal nicht gesagt, dass die Bürger zu fettig sind? John, für dich ist alles fettig. Okay, du hast mich da erwischt. Aber wie wäre es, wenn wir Kompromisse eingehen und das Salatlokal probieren, das wir letzte Woche gesehen haben? HMM, ich liebe einen guten Salat. Aber haben Sie etwas mit Hühnchen oder etwas, um es ein bisschen sättigender zu machen? Ja, Sie haben alle Arten von Toppings und Proteinen, die du hinzufügen kannst. Und Ihre Kleidung ist unglaublich. Okay, lass es uns machen. Ich habe jetzt Lust auf einen Salat. Perfekt! Ich denke, wir werden beide mit unseren Entscheidungen zufrieden sein. Außerdem können wir für eine Weile so tun, als wären wir gesund. Lektion 98, dieser Aquariumpark ist unglaublich. Beeindruckend, Anna! Dieser Aquariumpark ist unglaublich! Ich weiß, oder? Ich bin so froh, dass wir uns entschieden haben, heute hierher zu kommen. Schau dir die bunten Fische an, die herumschwimmen. Sie sind so faszinierend! Und sieh dir die Meeresschildkräuten dort drüben an. Sie sind so groß und majestätisch. Hi, hast du das Haifischbecken schon gesehen? Ähm, noch nicht. Bist du sicher, dass es sicher ist, in die Nähe der Haie zu gehen? Natürlich ist es das. Sie sind hinter einer dicken Glaswand. Wir sind absolut sicher. Oh, Gott sei Dank! Ich hatte dort für eine Minute ein bisschen Angst. Keine Sorge, Anna. Ich beschütze dich vor den großen, bösen Haien. Ja, das wirst du bestimmt. Hey, schauen wir uns den Touchtank da drüben an. Oh, gute Idee! Ich möchte einen Seestern anfassen. Okay, aber versuch nicht so auszuflippen, wie du es getan hast, als du den schleimigen Aal im letzten Aquarium, in das wir gegangen sind, angefasst hast. Pfui, erinnere mich nicht daran. Das Ding war ekelhaft. Aber ich verspreche, dass ich dieses Mal mutig sein werde. Ich glaube an dich, John. Lass uns ein paar Meeresbewohner anfassen. Lektion 99, Projektstatus melden. Anna, ich kann nicht glauben, dass wir bei diesem Projekt so weit im Rückstand sind. Wir werden Überstunden machen müssen, um aufzuholen. Ich weiß, es ist wirklich frustrierend. Aber keine Sorge, wir werden es schaffen. Ich mache mir nur Sorgen, wie wir das unserem Chef erklären sollen. Er wird sich über die Verzögerung nicht freuen. Sag ihm einfach, dass wir heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit ein Rudel wilder Wölfe abwehren mussten. Das ist eine gute Ausrede, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Aber vielleicht kann ich es darauf zurückführen, dass der Mond rückläufig ist oder so. Oh ja, das ist eine klassische Ausrede. Ich bin sicher, unser Chef wird das vollkommen verstehen. Okay, vielleicht sollten wir einfach ehrlich sein und ihm sagen, dass das Projekt länger dauert als erwartet. Und dann verspreche, extra hart zu arbeiten, um die verlorene Zeit wieder gut zu machen. Ja, Ehrlichkeit ist immer die beste Politik. Und ich bin sicher, unser Chef wird unser Engagement für die richtige Durchführung des Projekts zu schätzen wissen, auch wenn es etwas länger dauert als geplant. Danke, Anna. Du weißt immer, was du sagen musst, damit ich mich besser fühle. Dafür bin ich hier, John. Jetzt lasst uns wieder an die Arbeit gehen und dieses Projekt über den Haufen werfen. Lektion 100 Wir sind wieder in Disneyland. Anna, ich kann nicht glauben, dass wir wieder in Disneyland sind. Wie oft waren wir jetzt schon hier? Ich glaube, ich brauchte ein neues für meine Saal. Aber im Ernst, es gibt immer neue Schoes und Paraden zu sehen und die Atmosphäre ist einfach so magisch. Ich glaube schon, weil ich mir nicht sicher bin, wie man sich immer noch so auf dieselben Fahrgeschäfte und Attraktionen freuen kann. Oh komm schon, John. Hier gibt es immer etwas Neues und Aufregendes zu entdecken. Ich muss zugeben, es ist ziemlich beeindruckend, alle hier so glücklich und sorglos zu sehen. Und der Geruch von Popcorn und Zuckerwatte erregt mich immer. Siehst du, ich wusste, dass du vorbeikommen würdest. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir heute eine neue Lieblingsfahrt oder Show. Solange es nicht schon wieder die Teetassen sind. Ich glaube, ich erhole mich immer noch vom letzten Mal. Keine Sorge, ich gehe schonend mit dir um. Jetzt lass uns unsere Mausohren aufsetzen und Spaß haben. Bitte liken und abonnieren. Und herzlich willkommen, weitere Videos von unserem Kanal anzusehen. Bis zum nächsten Mal.